da kann man auch nichts gegen machen wir fahren durch einen Sumpf wir fahren und dann ist das ganz egal vergisst es oder nicht vergessen ich wollte gerade ich wollte gerade sagen dass die hier keine Gegner finden werden und dann laufen da zwei 222 koreaner nein ich bin kein Rassist müsste mich immer fragen und irgendwie fährt das Boot ziemlich lange können wir uns auch bewegen ja weichert so ich unterbreche kurz die Aufnahme so Leute ich bin wieder da und ja der Sound versorgt noch ein bisschen zu laut das hätte ich jetzt gar nicht erwartet wir machen uns einfach mal alles auf 0,5 0 0,5 0,5 0 so machen weiter wir machen weiter wir machen weiter was müssen wir machen ja wir können aber nicht weiter oh ja hätte ich auch selbst drauf kommen drauf kommen drauf kommen können dann so und wir treffen auf Gegner also wir kämpfen ja schon eine Weile und ich liebe einfach diese äh ax 700 noch etwas also die AK ne Modifikation von der AK weil die einfach richtig richtig geil ist schießt schnell genug und macht auch super viel Schaden und wir haben keinen Schuss mehr wow also müssen wir mit der scheiß Xer macht weiter machen aber jetzt haben wir doch bestimmt oder warum haben wir keine Munition das ist unlogisch gib mir Munition dahinten ist Ghost Rider ich bin schneller ach ich muss auch schneller sein weil sonst werden wir hier verlieren und wenn wir hier verlieren dann sind wir schlecht ja könnt ihr euch das vorstellen wir sind schlecht juhu wir haben eine Sniper na ich hasse es und wir haben Sprengladung setzen und wir rennen davon und wir haben irgendein komisches Ding bekommen dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern und aber an diese Dinger kann ich mich erinnern nämlich wir können uns jetzt Sachen aussuchen hier nehmen wir es natürlich die AE Dingbung um und hier lassen wir es mal so lassen wir das mal weiter genug Schuss hä wir könnten doch einfach hier rüberspringen ja wiii 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 das hat so viel Spaß gemacht dass wir fast unsere ganze Munition aufgebucht haben und meine Nase ist wieder voll weil ich bin immer noch krank wir springen über den und einsteigen und plötzlich teleportieren die sich in das Boot los Lölos 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 Nein. Halt. Stopp. Ich rede. Ja, und plötzlich liegt da ganz viel Scheiße. Schnelle Reaktion ist gefragt. Boah. So, wir müssen ganz, ganz, ganz... Nein, 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 nein. Da, 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 da. Ach, so Scheiße. Und wo schießen die Adder? So, aber jetzt müssen wir ganz taktisch und langweilig. Langsam vorgehen. Aaaaaah! Das können wir nicht nehmen. Natürlich nicht. So, wir kämpfen uns durch 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 Holzbolken. Aaaaaah! Ich liebe einfach die Explosionen in Battlefield Backcamp. Die sehen immer so hübsch aus. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass es nicht so eine Map gibt, so halb C4. War hier irgendwo C4? C4, 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 C4. Ich habe C4 gesehen. Da, C4! Da, C4! Da, C4! Boah! Oh, wir haben Sprachen mit C4. Oh, wir sind cool. Wir sind cool. Wir sind cool. Nein, 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 halt, stopp! ich rede denn der denn den Dienen und was liegt hier eigentlich oben das finde ich nicht toll das kann sich nicht bewegen doch scheiße sie vor Stier abt zeigt mir deine Führung in die Fresse ja also wie ihr seht ist die Art Karnel richtig geilen weil sie auch von Russen hergestellt wurde hey und nicht so eine Kack-Ami-Waffe hier die 500 Schuss allein die Gegner versemmelt und nicht mal 50 Cent seines Lebens abgelaufen oder runtergegangen sind und irgendwie spawnen die Gegner immer nach die haben hier bestimmt so einen Spawnpunkt habe ich recht na klar habe ich recht kann ich nicht recht haben so wir müssen weiter wir müssen weiter ich würde sagen nach der Mission ist äh also wird bei der Führung für eine Zeit lang gestorben ja ja finde ich aber nicht so toll ich mit in wie